Laura kennen wir schon aus den ersten beiden Social Media Kursen Social Media für Einsteiger und Social Media Strategie. Seit sie die neue Social Media Strategie in ihrem Unternehmen durchgesetzt hat, bekommt sie immer mehr Rückmeldung über die sozialen Medien. Ihr Chef ist begeistert und überträgt ihr den gesamten Bereich Social Media Marketing. Für Laura bedeutet das, dass sie sich noch intensiver mit dem Thema auseinandersetzen will. Wie kann sie möglichst viele Leute auf ihre Beiträge aufmerksam machen? Wie kann sie diese besonders fesselnd schreiben und was genau ist Influencer-Marketing? Kommt das für sie in Frage? Und wie soll sie ihre wachsenden Followerzahlen managen? Mittlerweile kennt sie die Kurse von Lena Motro, Dozentin und Social Media Beauftragte an der Fachhochschule Westküste und findet im Tourismusprojekt 4.0 in Schleswig-Holstein einen Kurs, der genau diese Fragen beantwortet. Sie stellt fest, dass ein Influencer für ihre jetzigen Zwecke nicht unbedingt sinnvoll ist, aber weiß nun für die Zukunft, wie sie die Trends und Risiken, die damit verbunden sind, einschätzen kann. Dafür hat sie die Technik des Storytellings für sich entdeckt und stürzt sich in das Schreiben neuer Texte. Und auch ihre Pressemitteilungen profitieren von ihrem neuen Wissen der 7 Ws. Am Ende des Monats guckt sich Laura erneut ihre Ergebnisse an und freut sich über die rege Beteiligung ihrer neu gefundenen Community. Geschickt beantwortet sie nun aufkommende Fragen und hat die passenden Werkzeuge parat, um Probleme direkt zu lösen. Über die Zeit hat sich Laura von einem Social Media Neuling zu einem richtigen Profi entwickelt und die Zahlen bestätigen das. Konnten wir ihr Interesse wecken? Dann melden Sie sich jetzt gleich zur Teilnahme an. Unser gesamtes Kursangebot finden Sie unter www.oncampus.de.